Also, Norden macht er nach Osten, Westen macht er nach Norden, äh, ja, und Osten macht er zum Westen. Ja, bringt uns mal nicht viel, ähm, ja, mehr als durchtesten können wir uns jetzt halt, vielleicht müssen wir Norden, Osten und dann zum Westen, dass er einmal im Uhrzeigersinn geht. Ja, blöd, nur, dass er sich einmal falsch rumdreht. Also, Westen, achso, dann müssen wir vielleicht Norden drücken, also, tack, zum Norden kommt und dann müssen wir Norden drücken. Dann wird er eher wieder zur... Rad! Aber da geht er rüber. Da geht er ganz rüber. Dann müsste er nach Norden. Und dann ist er im Norden. Nein, dann geht er nach... Nach drüben. Okay. Also, so geht er rüber. Wir testen uns jetzt durch. Wir kriegen das hin. Dann... Jetzt ist er im Norden? Okay, es gibt gar keinen Sinn. Alles für die Katz. Verstehe ich es nicht. Habe ja absolut keine Hinweise dafür bekommen, oder? Ne, jetzt geht er ganz rüber. Das ist ganz merkwürdig. Das ist ganz merkwürdig. Dann geht er rüber. Ich darf auch nicht schneller drücken. Jetzt ist er im Norden. Dann geht er wieder rüber. Ich habe keine Ahnung. Chat, Ideen, Anregungen, Beispiele. Es ist ein falschrumes Weh. Nützt uns noch nichts. Da drin kann ich springen. Ich kann auch nichts. Auch nichts an den blöden Sollen steht dran. Nö. Chat sagt nö. Keine Ideen. Fuck. So kommen wir nicht weiter. Oh. Da hin. Probieren wir uns halt wieder ein wenig durch, ne? Ich kann ja leider nicht mehrere gleichzeitig machen. Ich schaue jetzt mal, ob ich nochmal irgendwie was übersehen habe, jetzt hier in der Nähe. Muss ja hier irgendwo was geben, wo mir das sagt. Ich kann mir das hier nicht aus dem Arsch ziehen. Also wir wissen, dass die eine singende Frau dazu genötigt haben, zu singen, an einem Leuchtturm festgebundene, um Schiffe anzulocken. Hat jetzt mit unserer Situation hier aber wahrscheinlich weniger zu tun. Ja, steht auch nur Scarepoint. Kiste kann ich nicht aufmachen. Da hat's auch nichts. Kann da noch lang. Ja, vielleicht dürfen wir das einfach nur noch nicht machen, ne? Ja. Dann hätten wir aber Hundi nicht gerettet. Scheiße, ich will wieder zurück. Ich meine, da kam ein wenig weiter, aber... Aber was... Schön ruhig. Nehme ich. Oh, es sieht so aus, als ob da jeden Augenblick... ...einer rausprescht. Ey. Boah. Wie diese Kackpuppe hier rüberschaut. Nicht schön. Das hat uns folgen... ...noch ein bisschen angegriffen. Kann das sein? Die violette... Ähm... Das violette Gas ist stärker. Es benebelt die Singe und verstopft die Lunge. Könnte es beim Ritual von Nutzen sein? Ah, lecker. Es muss irgendwie gehen. Es muss einen Weg geben, das Lied so zu nutzen, wie ich es will. Hatte mein betrunkener fanatischer Vater etwa recht? Besteht die einzige Möglichkeit, diese Kreatur zu kontrollieren, darin, sie anzubilden? Ich werde sie für mich singen lassen. Sie ist nur am Leben, weil ich es erlaube. Und weil mein Bruder und ich es am Leben erhalten. Ja. Deswegen kann es auch ganz schnell trotzdem nach hinten gehen. Klautsch ich noch? Ähm. Jetzt halt. Was denn das? Ja. Das waren nicht meine Schritte. Finger doch nicht einfach an, was... Eins. Gerät verwenden. Ah, nice. Bitches. Ihr kommt hier nicht rein. Das ist mein... Da kommt ihr nicht rein. Das ist mein Safe Room. Bitches. Okay. Steck mal aber wieder weg. Wir speichern mal. Wir speichern mal. Ja. Kann ich da jetzt auch nicht helfen, ne? Ah, Mensch. Achso, es ist der Baum. Ich dachte schon, das Zimmer dreht sich. So, darf ich da jetzt wieder raus, ohne dass ich gleich angefingert werde? Nein, die stehen da halt einfach immer noch. Was ist denn das? Kartusche. Okay. Das darf ich scheinbar haben. Ich war aber da drüben noch nicht fertig. Glaube ich zumindest. Scheiße, ich hätte das Ding nicht nehmen sollen. Ich hoffe, da war jetzt nichts mehr. Mann. Was ist das? Ah, nee. Ach Gott. Ähm. Da ist einer. Auf jeden Fall. Was du da machst, weiß ich nicht. Und du. Aber ich habe ja jetzt was. Oh Gott. Tschüss. Wir gehen in die andere Richtung. Okay, das mit dem Norden-Süden. Äh, nicht Süden. Westen-Osten da. Dann geht mich. Immer noch. Ähm. Ähm. Dass ich den Raum nicht beendet habe. Da geht mich auch. Und die hier Krüppel nerven mich. Fuck. Ich muss doch 100 pro wieder irgendwas erst drücken. Bevor ich da doch das Tor kann. Da geht's wieder ins Hotel. Wo ich eigentlich noch nicht wieder hin will. Ja. Nö. Funktioniert nicht. Bei ihm ganz nah. Bin ich hier. Bin ich hier. Ja. Da ist noch einer. Fuck. Schön, wenn man direkt auf seiner Rute liegt. Ja. Da hinten. Ja, das ist einer. Ah. Da ist ein Hebel. Gott, da kommt er auch. Weißt du was? Das weg. Nein! Drück das. Oh. Ist er sonst wieder wach? Ganz toll. Ich bin mich hier super sicher. Danke. Nein! Ich drück doch eins. Dachte ich zumindest. Okay. Okay. Ah. Cool. Danke. Nehme ich mit. Boah. Ich krieg die Krätze. Darf ich jetzt da drin das Ding drücken? Was ist denn mit dem verkehrt? What the fuck? Ich glaube, er backt. Es ist geil. Ich geh dann mal. Nein. Nein. Shh. Fuck. Ups. Heil dich mal. Jetzt, jetzt, weißt du, jetzt dürftest du dich tatsächlich heilen. Und du tust es aber nicht. Kannst du mir erklären, warum? Ganz kurz mal. Nein. Scheiße. Scheiße. Ja Scheiße Nein Okay Ich würde jetzt einfach mal sagen An dieser Stelle beenden wir für heute Und wir spielen in zwei Wochen weiter Hi 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 Ja Das mach ich Ich hab das Spiel beenden Gedrückt Ähm Nein ich möchte tatsächlich das Spiel beenden Vielen Dank fürs Zuschauen Wir sehen uns in zwei Wochen wieder Dann Tschüss Unburn Ich bin nehm Ich bin nehm Ich bin nehm ich bin nehm Ich bin nehm